so yo hey leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und ja heute einfach mal so ein freestyle commentary und ja im hintergrund seht ihr glaube ich jetzt mal ein waffenspiel was sie mal mit kumpels gemacht habe ja nichts nichts besonderes aber ja erzähle einfach mal ein bisschen was ich so in letzter zeit gemacht habe in der letzten woche und alles und zwar ist bei mir ziemlich geiles wetter ich weiß nicht wo ihr wohnt ob bei euch auch geiles wetter war aber ich denke bei euch war auch geiles wetter deshalb habe ich auch nicht gezockt irgendwie nur mein need for speed drive ist habe ich mal ausgeliehen wie ihr schon gesehen habt das video habe ich rauskauen das war eigentlich ziemlich nice bisschen zocken am abend oder wenn es gepisst hat doch mal und ja sonst war auch die letzten tage oder die letzte woche wirklich viel mit meinem motorrad beschäftigt beschäftigt denn wir haben ja eigentlich also die motorrad videos alles sind jetzt noch alle mit einem motorrad ja nur das ist das motorrad von meinem kumpel wechseln wir uns immer ab und meins ist nämlich kaputt eigentlich haben sie jetzt eigentlich auch wieder repagiert ich kann euch jetzt an der stelle meinen bildern blenden von meinem motorrad und ja eigentlich ist wieder gepagiert aber es will einfach nicht angehen ich weiß nicht was da los ist es geht eigentlich wirklich alles vom motor aus der zündfunk ist da keine ahnung was noch alles geht eigentlich vielleicht habt ihr noch eine idee was da sein könnte er vielleicht hat sie aus motorrad oder so und fahrt und könnt es mir da helfen keine ahnung kann ja sein wenn ja wenn er wisst woran es liegt dann könnt ihr es ja mal in die kommentare schreiben welch wäre ich euch richtig dankbar und ja genau da habe ich wirklich sehr lange dran geschraubt und es war einfach hardcore holly wie lange da eigentlich rum schraubt oder wie lange das einfach dauert da hochsteig einmal hin um drei und bis um sieben vielleicht fertig oder eben dann nicht und dann zerreicht im kopf warum das teil nicht angeht also das ist mir wirklich eine frage warum es jetzt noch nicht angeht probiert diese woche noch ein bisschen ob ich es irgendwie anbekommen ich hoffe mal ich bekomm es noch an das wäre richtig nice könnte man richtig geile videos noch machen ich habe auch gopro jetzt leute kann ich euch jetzt dann auch mein noch ein video einblenden wie ich gokart gefahren bin da habe ich die kamera mal richtig schön auf dem helm tarn und das sieht man wirklich sehr viel ist richtig spannend muss ich euch sagen leute also passt bloß auf dass er nicht vor spannung in unmaß nicht viel spaß beiseite ich kann es euch jetzt mal zeigen und ja leute das war es eigentlich nichts spannendes deshalb habe ich es auch nicht hochgeladen eigentlich wollte ich da ein ganzes video draus machen aber da die aufnahme dann so verkackt war dann doch nicht und ja genau ich hoffe mal dass da mein motorrad noch ein bisschen anspringt aber ich mache ja gerade auch 125er führerschein ich habe nächste woche meine erste theorie stunde erste praktische stunde leute mal schauen was das wird die prüfung habe ich auch schon bald also haut ist ziemlich rein ich hoffe ich habe irgendwie dann abend im sommer halt oder juli auf jeden fall mein führerschein da will ich ihn auf jeden fall dann haben wenn ich sogar juni ende oder anfang oder mitte also da die bock darauf leute genau das war es eigentlich schon was ich die letzten tage so gemacht hat bei mir ist auch rumme rumme jahrmarkt keine ahnung wie ihr es nennt ja genau da werde ich diese woche auch noch hin mal schauen was da so abgeht und ja genau dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video wieder vielleicht hauen video aus wenn ich beim auf dem gummel bin mal schauen und ja lasst den daumen nach oben oben da wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten video wieder und ciao leute und dann sehen wir uns beim nächsten video wieder